Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Das wird ganz gefährlich, Achtung! Unglaubliches Tor! Dafür bin ich im Stadion. Was für ein Tor! Überragend und vor allem die Vorarbeit habe ich selten gepflegt. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Das war's für ein Tor! Das war's für ein Tor! Das war's für ein Tor!